Im heutigen Video schauen wir uns mal die zwei vermutlich bekanntesten Neobroker in Deutschland an und zwar Trade Republic und Scalable Capital. In unserem ETF-Sparplan-Depot-Vergleich haben beide extrem gut abgeschnitten und die beiden voneinander zu unterscheiden ist ziemlich schwierig, denn das Angebot bei beiden Brokern ist ziemlich gut. Wir wurden aber trotzdem häufiger von euch gefragt, was denn der Unterschied zwischen Scalable Capital und Trade Republic ist und deswegen gibt es im heutigen Video mal einen Deep Dive. Wir schauen uns beide Angebote im Detail an und vergleichen die miteinander. Außerdem sage ich euch am Ende, für wen Welcher Broker besser geeignet ist. Viel Spaß dabei! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzus und heute schauen wir uns mal die zwei größten Neobroker hier in Deutschland an, Trade Republic und Scalable Capital. Wir tauchen mal etwas genauer in deren Produktangebot ein und vergleichen die beiden miteinander, denn das ist eine Frage, die wir sehr häufig von euch aus der Community bekommen haben. Starten wir zunächst einmal und schauen uns an, welche Modelle es denn bei den beiden Brokern gibt. Bei Trade Republic gibt es nur ein Brokermodell. Hier habt ihr einfach einen ganz normalen Brokerzugang und dieser ist kostenlos, also ohne jährliche Depotführungsgebühren. Kosten entstehen bei Trade Republic, also nur, wenn ihr Wertpapiere kauft oder verkauft. Die Details folgen gleich. Scalable Capital hat genau dasselbe Angebot, ein Free Broker, wo ihr kostenlose Depotführung habt und dann nur bezahlt, wenn ihr tatsächlich handelt. Außerdem gibt es bei Scalable Capital den sogenannten Prime Broker. Hier habt ihr quasi eine Handelsflatrate. Diese kostet euch entweder 4,99 Euro im Monat oder 2,99 Euro im Monat, wenn ihr euch für jährliche Zahlung entscheidet. Wenn ihr euch für den Prime Broker entschieden habt, dann könnt ihr beliebig viel Aktien und Derivate handeln und dann fallen hierfür keine Handelskosten an. Um die beiden Broker besser miteinander vergleichen zu können, haben wir uns bei Scalable Capital also den Free Broker rausgesucht, um den dann auch mit dem Free Angebot von Trade Republic vergleichen zu können. Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Hinweis. Beide Neo Broker sind ja Empfehlungen von uns. Wenn du also noch kein Depot hast oder jemanden kennst, der noch kein Depot hat, aber eins haben sollte, dann kannst du mal unten in die Videobeschreibung schauen. Dort haben wir dir nämlich beide Broker verlinkt und derzeit gibt es über diese Links sogar noch Gratis Aktien beziehungsweise bei Scalable Capital Gratis Aktien oder ETFs bei Depoteröffnung. Das ist eine derzeit laufende Marketingaktion. Und wenn du über diese Links gehst, unterstützt du übrigens unsere Arbeit damit, ohne dass für dich Mehrkosten entstehen. Vielen Dank für deinen Support. Bevor wir uns jetzt die Unterschiede zwischen den beiden Brokern anschauen, gucken wir uns zunächst einmal die Gemeinsamkeiten an. Zunächst einmal sind beide Broker kostenlos. Also es gibt hier keine Depotführungsgebühren oder Gebühren für das Verrechnungskonto. Zweitens bieten beide Aktien sowie ETF-Sparpläne an. Drittens haben beide Broker ein sehr großes ETF-Angebot mit über 2000 ETFs. Auf die genaue Zahl kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und viertens die Orderkosten. Die sind nämlich nahezu identisch. Eine Order bei Scalable Capital kostet 99 Cent. Also wenn ihr kauft oder verkauft, bei Trade Republic ist es 1 Euro. Bei Scalable Capital gibt es noch eine positive Ausnahme, nämlich wenn du die sogenannten Prime ETFs kaufst, das sind alle ETFs von iShares, Invesco oder X-Trackers, dann bezahlst du ab einer Ordergröße von mindestens 250 Euro. Auch hier keine Gebühren. Also da entfallen dann die 99 Cent Gebühren. Ebenfalls gemeinsam haben die Broker, dass sie beide in Deutschland beheimatet sind und auch ganz normal die Kapitalertragssteuer an das deutsche Finanzamt für euch abführen. Ihr müsst euch da also um nichts mehr kümmern. Denkt aber dabei, einen Freistellungsauftrag zu hinterlegen. Das geht bei beiden Anbietern ganz komfortabel in der App. Und apropos App, beide Anbieter haben auch eine eigene Smartphone-App und eine Desktop-Anwendung. Soweit die Gemeinsamkeiten, kommen wir jetzt mal zu den Unterschieden. Und hier schauen wir zunächst einmal in die Rubrik Wertpapierhandel rein. Der erste Punkt sind hier die Börsenplätze und Handelszeiten. Bei Trade Republic laufen alle Orders bzw. auch alle Sparpläne über die Handelsplattform lang und schwarz. Bei Scalable Capital läuft das Ganze über Getex. Ihr könnt euch aber dort auch zusätzlich entscheiden, ebenfalls über Xetra zu handeln. Da fallen dann aber etwas höhere Handelskosten an. Die Details folgen gleich. Scalable Capital punktet also hier, dass es hier auch einen zweiten Handelsplatz gibt. Somit kann man vergleichen, wo eine Order attraktiver ist. Das ist natürlich vor allem dann interessant, wenn ihr etwas höhere Volumina zu handeln habt. Aus den Börsenplätzen lassen sich dann auch die Handelszeiten ableiten. Bei Trade Republic, also über Lang und Schwarz, sind die Handelszeiten von 7.30 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Bei Scalable Capital über die Börse Getex ist es von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Und die Xetra-Öffnungszeiten liegen zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr. Das sind übrigens auch die Zeiten, in denen ihr unbedingt handeln solltet. Denn bei allen Handelsaktivitäten vor 9 Uhr und nach 17.30 Uhr wird der Handel sehr wahrscheinlich für euch teurer werden. Nicht, weil die Gebühren steigen, sondern weil der Spread, also der Unterschied zwischen Ankaufskurs und Verkaufskurs, vermutlich etwas größer sein wird, als wenn Xetra, die größte und liquideste deutsche Börse, offen ist. Das bedeutet hier, habt ihr zwar bei Trade Republic den Vorteil, dass die Handelszeiten um anderthalb Stunden länger sind, eine halbe Stunde früher morgens und eine Stunde später abends, als bei Getex. Diesen Komfort solltet ihr aber nicht nutzen, denn er kostet euch unnötig Geld. Versucht wirklich innerhalb der Börsenöffnungszeiten von Xetra zu handeln. Dann gibt es am meisten Liquidität und die Spreads sind am geringsten. Schauen wir uns die Möglichkeit an, Bruchstücke von Aktien oder ETFs zu kaufen. Das geht bei Trade Republic problemlos ab einem Euro-Investment. Das hat natürlich den Vorteil, dass man hier breiter diversifizieren kann und sich auch Aktien leisten kann, wo eine Aktie schon relativ teuer ist. Das kann für mehr Diversifikation sorgen, allerdings fallen auch bei solchen kleinen Handelsvolumina immer 1 Euro Handelsgebühr an. Das bedeutet, euch eine Aktie für 1 Euro zu kaufen, das solltet ihr idealerweise vermeiden, denn wenn dann nochmal 1 Euro Gebühr obendrauf kommt, dann hat sich das Geschäft erst dann gelohnt, wenn sich eure Aktie mehr als verdoppelt und dann müsst ihr ja immer nochmal 1 Euro ausgeben, um diese Aktie noch wieder zu verkaufen. Bei Scalable Capital könnt ihr ETFs und Aktien nur in ganzen Stücken kaufen, also nicht als Bruchstücke. Hier gibt es allerdings einen kleinen Trick durch die Hintertür. Denn wenn diese entsprechenden ETFs oder Aktien sparplanfähig sind, dann könntet ihr einfach kurz einen Sparplan aufsetzen und sobald dieser ausgeführt wurde, könnt ihr den Sparplan wieder löschen. Denn beim Sparplan sparen, dann gehen natürlich auch Teilaktien oder ETF-Anteile. Das Angebot an Ordertypen ist bei beiden ziemlich identisch. Wir blenden sie euch hier einmal ein. Und wenn ihr nicht genau wisst, was Ordertypen genau sind, dann schaut euch auf jeden Fall dieses Video dazu an. Schauen wir uns jetzt einmal das Wertpapierangebot an. Also welche Wertpapiere kann ich bei den einzelnen Brokern kaufen und verkaufen? Und dann gehen wir nochmal auf das Thema Sparplanfähigkeit ein. Schauen wir uns zunächst einmal die Anzahl der Aktien an. Hier hat Trade Republic ganz klar die Nase vorn mit einem Angebot von rund 8000 Aktien. Von diesen 8000 Aktien könnt ihr ungefähr 2500 auch regelmäßig per Sparplan besparen. Bei Scalable Capital gibt es rund 7000 Aktien im Angebot und davon sind rund 1000 Sparplanfähig. Ihr seht also, bei beiden Brokern sind nicht alle Aktien Sparplanfähig, sondern einige Aktien könnt ihr dann nur per ganz normale Kauforder ins Depot bekommen. Schauen wir uns die Anzahl der verfügbaren ETFs an und basieren uns hier zunächst einmal auf die Zahlen, die die Broker kommunizieren. Das sind bei Trade Republic 2169 und bei Scalable Capital 2022. Diese Zahlen sind allerdings etwas mit Vorsicht zu genießen, denn hierbei handelt es sich nicht nur um ETFs, die hier in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. Die Erstnotierung dieser Wertpapiere ist dann zum Beispiel irgendwo anders in Europa, beispielsweise in Mailand oder in Paris. Das kann Nachteile mit sich ziehen, wenn ihr in diese ETFs zieht. Wenn die zum Beispiel kein Steuerreporting in Deutschland machen, dann könnte es sein, dass ihr hier keine automatische Teilfreistellung habt. Deswegen haben wir diese Zahlen noch einmal abgeglichen mit unserer ETF-Suche, wo wir nur ETFs aufführen, die auch eine Vertriebszulassung in Deutschland haben, bei der die steuerliche Situation also klar ist und dann ergeben sich folgende Zahlen. Bei Trade Republic kommen wir dann auf 1763 ETFs und bei Scalable Capital auf 1758. Also trotz unserem manuellen Cleaning bleiben noch mehr als genug ETFs bei beiden Brokern übrig, um in diese zu investieren. Und das Gute ist auch, dass jeder dieser ETFs bei beiden Brokern sparplanfähig ist. Also hier gibt es keinen Unterschied zwischen sparplanfähigen ETFs und nicht sparplanfähigen ETFs, denn alle könnt ihr auch regelmäßig per Sparplan besparen. Kommen wir zu einer weiteren Anlageklasse und das sind die klassischen Fonds, also Fonds, die nicht ETFs sind. Bei dieser Anlageklasse handelt es sich also um aktiv gemanagte Fonds. Bei Trade Republic gibt es keine Fonds, außer wie gesagt den ETFs. Bei Scalable Capital gibt es dann nochmal über 2000 Fonds. Wenn ihr also den einen oder anderen Fonds im Auge habt, den ihr gerne besparen möchtet oder den ihr gerne kaufen möchtet, dann müsstet ihr euch für Scalable Capital entscheiden. Allerdings solltet ihr dann auch etwas auf die Kosten achten. Die meisten Fonds sind ohne Ausgabeaufschlag. Allerdings gibt es laut Preis-Leistungs-Verzeichnis auch Fonds, bei denen noch ein Ausgabeaufschlag obendrauf kommt. Dann könntet ihr die Anteile einfach über Xetra, also über die Börse kaufen, statt von der Fondsgesellschaft und dann den Ausgabeaufschlag umgehen. Die Anlageklasse Anleihen gibt es leider weder bei Scalable Capital noch bei Trade Republic. Wenn ihr also in Unternehmens- oder Staatsanleihen investieren wollt, dann müsst ihr euch einen klassischen Broker wie beispielsweise ING oder Consors heraussuchen. Kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar den Sparplänen. Denn wer langfristig anlegen möchte, der macht das idealerweise jeden Monat per Sparplan, indem er einen Teil seines Gehaltes auf die Seite legt und das dann automatisiert investiert. Wie gesagt, bei beiden Brokern ist das ETF-Sparplanangebot vollumfänglich kostenlos besparbar. Bei Scalable Capital müsst ihr allerdings darauf achten, dass die Sparpläne immer über Gettex ausgeführt werden. Das heißt, hier könnt ihr nicht über Xetra gehen. Da es bei Trade Republic nur einen Börsenplatz gibt, werden natürlich auch die Sparpläne über lang und schwarz abgewickelt. Die Mindestsparrate für Sparpläne liegt bei beiden Brokern bei einem Euro. Das ist, glaube ich, eher eine symbolische Marke, weil ich glaube, einen Sparplan über einen Euro macht nicht unbedingt Sinn. Aber somit könnt ihr quasi eure Sparpläne so klein stückeln, wie ihr es möchtet. Dann stellt sich die Frage, wie die Ausführungsintervalle der Sparpläne bei den einzelnen Anbietern sind. Trade Republic bietet hier wöchentlich, zweimal im Monat, monatlich und quartalsweise Ausführung an. Bei Scalable Capital könnt ihr entweder monatlich, alle zwei Monate, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich euren Sparplan ausführen lassen. Was die Ausführungstage angeht, könnt ihr euch bei Trade Republic entscheiden, ob eure Sparplanrate immer zum 1. oder zum 16. eines Monats abgebucht werden soll. Bei Scalable Capital habt ihr hier deutlich mehr Optionen, was die Ausführungstage angeht. Ihr könnt nämlich zwischen neun Ausführungstagen wählen. Das ist dann besonders vorteilhaft, wenn ihr eure Sparplanausführung möglichst nah an eure Gehaltsüberweisung packen wollt. Wenn ihr zum Beispiel wisst, dass am 20. eines Monats euer Gehalt kommt, dann könntet ihr die Sparplanausführung beispielsweise auf den 22. setzen. Bei Trade Republic habt ihr also die Möglichkeit, das Intervall kleiner zu setzen, denn hier könnt ihr Sparplanausführung auch wöchentlich machen. Dafür könnt ihr bei Scalable Capital dann den Ausführungstag etwas granularer gestalten und größere Sparintervalle wählen, wie beispielsweise halbjährlich oder jährlich. Ein weiteres Feature ist die Dynamisierung. Das bieten viele Online-Broker bereits an. Trade Republic leider nicht. Bei Scalable Capital gibt es diese Möglichkeit, und zwar in Schritten von 2%, 3%, 5% oder 8%. Dynamisierung deiner Sparrate bedeutet, dass jedes Jahr deine Sparrate automatisch um den von dir festgelegten Prozentsatz erhöht wird. Also wenn du zum Beispiel 100 Euro sparst und dich für eine Dynamisierung von 5% entscheidest, dann würde dein Sparplan automatisch im nächsten Jahr auf 105 Euro angepasst werden. Das finde ich ein cooles Feature für diejenigen, die sichergehen wollen, dass ihre Sparrate regelmäßig wächst. Ich mache das nicht so, sondern ich passe meine Sparrate dann immer manuell an. Etwas daneben gegriffen hat Scalable Capital meiner Meinung nach bei der Bezeichnung dieser Dynamisierung. Sie haben es nämlich Inflationsanpassung genannt. Es ist natürlich nicht wirklich eine Inflationsanpassung. Ihr zahlt einfach mehr in euren Sparplan ein. Ihr gleicht eure Inflationsrate also höchstens selbst aus, indem ihr mehr Kapital einbezahlt. Mehr verdienen am Kapitalmarkt tut ihr dadurch aber nicht. Und das ist eigentlich damit gemeint, wenn man von Inflationsausgleich spricht. Soweit zu den Sparplänen. Schauen wir uns jetzt einmal an, was Einmalkäufe bzw. Einmalferkäufe so kosten. Wenn ihr euch nämlich gegen einen Sparplan entscheidet, dann fallen Kosten an. Bei Trade Republic ist das pro Order, also pro Kauf oder Verkauf 1 Euro. Bei Scalable Capital sind das 99 Cent. Wenn ihr standardmäßig über Getex handelt. Wenn ihr allerdings über Xetra handeln möchtet, dann ist das Ganze etwas teurer. Das kostet euch dann nämlich 3,99 Euro plus 0,01 Prozent von eurem Ordervolumen. Das müssen aber mindestens 1,50 Euro sein. Ausnahme bei den Kosten stellen bei Scalable Capital die Prime ETFs da von den Anbietern iShares, Invesco und X-Trackers. Diese ETFs könnt ihr nämlich über Getex kostenlos kaufen und verkaufen. Diese Kosten gelten übrigens auch für Fonds, allerdings kann es bei einigen passieren, dass hier ein Ausgabeaufschlag oben drauf kommt, so zumindest laut Preis-Leistungsverzeichnis. Wenn ihr einzelne Aktien kauft, dann kann es verschiedene Aktionärsaktivitäten geben, die nochmal extra Kosten verursachen können. Wenn ihr beispielsweise eine Namensaktie kauft und in das Aktionärsregister eingetragen werden müsst, kostet euch das bei Trade Republic 2 Euro und ist bei Scalable Capital kostenlos. Wenn ihr euch für eine Hauptversammlung einer eurer Aktiengesellschaften anmelden möchtet, dann kostet das bei beiden Anbietern 25 Euro pro Anmeldung. Diese Kosten müssen aber nicht anfallen, denn ihr seid ja nicht verpflichtet, auf die Hauptversammlung zu gehen. Eine sogenannte Weisung oder eine Standardweisung, diese kostet euch 1 Euro und ist bei Scalable Capital kostenlos. Wenn ihr von eurer Aktiengesellschaft ein sogenanntes Bezugsrecht erhalten habt, weil die Aktiengesellschaft eine Kapitalerhöhung durchführt und ihr mit diesem Bezugsrecht handeln möchtet, dann kostet euch das 1 Euro bei Trade Republic und die klassischen Ordergebühren bei Scalable Capital, also 99 Cent über Getex oder die entsprechenden Gebühren auf Xetra. Kommen wir zu einer weiteren Anlageklasse, die etwas außen vor ist, denn hier gelten etwas andere Regeln, nämlich den Kryptohandel. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass beide Anbieter für Kryptohandel eher weniger geeignet sind. Bei Trade Republic bekommt ihr zwar echte Kryptowährungen, die ihr dort kaufen könnt, diese könnt ihr aber nicht auf eure eigene Wallet transferieren, sondern die werden bei einem Partneranbieter von Trade Republic verwahrt. Ihr könnt diese Kryptowährung also auch nicht wirklich nutzen, ihr würdet höchstens von einem Preisanstieg profitieren. Bei Scalable Capital bekommt ihr keine echten Kryptowährungen, auch wenn das an der einen oder anderen Stelle so suggeriert wird, sondern es gibt Wertpapiere, die die Wertentwicklung der Kryptowährungen abbilden. Dabei handelt es sich üblicherweise um Zertifikate oder sogenannte ETNs, Exchange Traded Nodes. Diese funktionieren ähnlich wie ETFs und verursachen Kosten. So ist beispielsweise die TER, also die Kostenquote von einem Bitcoin-ETN 1,48% pro Jahr, also deutlich höher als das, was wir im ETF-Aktienbereich gewohnt sind. Außerdem, wenn ihr Kryptowährungen über Derivate handelt, was ja dann hier der Fall wäre, dann fallen auf eure Gewinne auch Kapitalertragssteuer an. Wenn ihr aber echte Kryptowährungen kauft, sind die Kursgewinne hieraus nach einem Jahr steuerfrei. Von daher stellt ihr euch damit etwas schlechter. Generell kann man sich immer darüber streiten, ob es Sinn macht, dass man seine Kryptowährung selbst verwahrt oder nicht. Ich finde es aber gut, diese Möglichkeit überhaupt zu haben. Und man kann sich auch darüber streiten, ob es sinnvoller ist, Derivate auf Kryptowährungen zu kaufen oder einfach die echten Kryptowährungen. Aber ich finde das Angebot, echte Kryptowährungen zu kaufen, dann an der Stelle doch etwas besser. Wie gesagt, beide Broker halte ich für nicht sonderlich optimal, um Kryptowährungen zu kaufen. Hier gibt es deutlich spezialisiertere Kryptobörsen. Und die, die wir gerade empfehlen, die findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Solltet ihr dennoch bei Trade Republic oder Scalable Capital Kryptoprodukte handeln wollen, kostet euch das bei Trade Republic einen Euro pro Trade, also wie alle anderen Wertpapiere auch. Ihr könnt übrigens auch einen Sparplan aufsetzen, das allerdings nicht ab einem Euro, sondern ab 30 Euro. Bei Scalable Capital fallen ebenfalls die normalen Handelskosten an, also 99 Cent über GetEx oder die entsprechenden Gebühren über Xetra. Bei beiden Börsen kommen aber nochmal 0,99 Prozent Spreadaufschlag obendrauf. Dasselbe gilt auch bei den Sparplänen. Ihr könnt diese Derivate zwar kostenlos per Sparplan besparen, es kommen aber auch hier nochmal 0,99 Prozent Spread obendrauf. Soweit zu den Handelsgebühren. Schauen wir jetzt einmal hinter die Fassade, wer denn hinter Trade Republic und Scalable Capital als Bankpartner steht. Euer Verrechnungskonto bei Trade Republic ist entweder bei der Solaris Bank, bei der Deutschen Bank oder bei der Citibank. Wenn ihr also Guthaben nach Trade Republic überweist, dann sind das die Banken, die sich darum kümmern und die das Geld verwahren. Bei Scalable Capital ist das die Baader Bank. Diese kümmert sich bei Scalable Capital übrigens auch um die Wertpapierverwahrung. Bei Trade Republic ist das HSBC. Wenn ihr nämlich die Trade Republic App öffnet, bekommt ihr eigentlich gar nicht mit, dass da im Hintergrund verschiedene Verrechnungsbanken beziehungsweise der Wertpapieraufbewahrer HSBC aktiv ist. Das ist bei Scalable Capital etwas anders. Einige Informationen bekommt ihr nur, indem ihr euch dann auch bei dem dahinterliegenden Baader Bankkonto einloggt. Ihr bekommt dann also neben den Zugangsdaten zu eurem Scalable Capital Depot auch Zugangsdaten zu eurem Baader Bank Depot. In beiden liegen dann natürlich dieselben Wertpapiere, denn die Baader Bank ist die, wo schlussendlich die Wertpapiere tatsächlich liegen. Und jetzt, wo wir schon von den Konten sprechen, schauen wir uns mal an, welche Einzahlungsmöglichkeiten es auf das Depot überhaupt gibt, denn da hat es ja bei beiden Brokern in der Vergangenheit etwas gehakt. Beide Banken bieten mittlerweile einen kostenlosen Lastschrifteinzug der Sparpläne an. Das bedeutet, um die Sparpläne auszuführen, wird das Guthaben einfach von eurem Konto per Lastschrifteinzug abgebucht. Und das ist dann nicht mal vom Verrechnungskonto, sondern das kann dann auch von eurem eigenen Drittkonto sein, wo ihr beispielsweise euer Gehalt drüber bekommt und wo ihr eure Kreditkarte habt. Beide bieten übrigens auch die Möglichkeit einer Einzahlung per Echtzeit, das aber nur gegen Gebühren. Bei Scalable Capital könnt ihr eine Echtzeit-Lastschrift machen, die kostet euch dann aber 0,99% von dem Betrag, den ihr einziehen lasst. Und bei Trade Republic könnt ihr das Ganze per Kreditkarte machen, das kostet euch dann 0,7%. Oder per Apple Pay und Google Pay, das kostet euch dann ebenfalls 0,7%. Ich persönlich würde auf diese Einzahlung per Echtzeit verzichten, denn ihr könnt euer Guthaben einfach auf euer Depot überweisen. Das dauert dann zwar ein bis zwei Tage, aber ich denke, die Kurse werden euch nicht davon laufen. Ihr spart euch dann auf jeden Fall mal 0,99% bzw. 0,7%. Was auf jeden Fall cool ist, ist, dass ihr die Sparpläne jetzt nicht mehr manuell überweisen müsst, sondern dass bei beiden Anbietern jetzt von eurem Konto abgebucht wird. Soweit der Vergleich, kommen wir einmal zum Fazit. Was man beiden auf jeden Fall sehr hoch anrechnen muss, ist, dass beide maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Brokerlandschaft sich in Deutschland stark zum Positiven, zumindest für uns Investoren, verbessert hat. Nicht nur müssen wir uns jetzt keine Gedanken mehr machen, wo wir unsere kostenlosen ETF-Sparpläne finden, sondern es hat auch noch dafür gesorgt, dass alle anderen Broker mit ihrem Angebot ebenfalls stark nachgebessert haben. Beide Broker, Scalable Capital und Trade Republic, schenken sich vom Angebot her so gut wie nichts. Beide haben wirklich ein Top-Angebot. Tendenziell könnte man sagen, dass Scalable Capital die bessere Wahl ist für all diejenigen, die gerne in ETFs sparen möchten, denn hier habt ihr etwas mehr Funktionalitäten, beispielsweise eine größere Auswahl an Ausführungstagen, die Möglichkeit zu dynamisieren und wenn ihr mal einzeln kaufen wollt, ein größeres Angebot an ETFs, die ihr trotzdem kostenlos kaufen könnt. Trade Republic hingegen könnte die bessere Wahl für all diejenigen sein, die gerne Aktiensparpläne besparen möchten, denn hier ist die Auswahl derzeit noch größer. Allerdings muss man hier auch immer ein bisschen vergleichen, denn wenn ihr selbst aktiv sehr viele Aktien handelt, dann könnte sich für euch vielleicht sogar eine Prime Broker-Mitgliedschaft bei Scalable Capital lohnen, wo ihr dann quasi eine Handelsflatrate habt. Wir haben euch in diesem Video alle wichtigen Details gegeben, um für euch die richtige Entscheidung zu treffen. Schaut nochmal unten in die Videobeschreibung, dort haben wir euch nochmal alle Informationen verlinkt, inklusive einem ausführlichen Artikel. Mich würde es mal interessieren, seid ihr schon bei Trade Republic oder bei Scalable Capital und wenn ja, zu welchem Team gehört ihr? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen hoch und wenn du möchtest, dass wir uns mal andere Broker anschauen, dann schreibt es auch unten in die Kommentare. Ich meine, das ist unser Job. Wir wollen wissen, welche Broker euch besonders interessieren. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Geldanlage, Anlagestrategie und Finanzprodukte, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.